Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja in der letzten Folge haben angefangen Stahl zu produzieren und hier sind schon zwei Blöckchen fertig, die können wir gleich mal in Auftrag geben. So, das kann auch sein, dass gleich noch ein dritter Block fertig ist oder was. Ich gebe gleich noch den dritten in Auftrag dieses Jahr. Die zwei sind schon fertig, der andere macht es noch fertig und wie schaut es aus? Ein Block, ein Ingot. Gut, dann sollten wir gleich das Upgrade für mein Jetpack auch fertig kriegen. Dann können wir schon mal hinten das Zeug holen. Wo ist der Jetpack halt? So. Ist noch Hydrogen drin. Wo ist denn hier eine Fackel drauf? Wir können dann hier oben mal unseren Gas Terminal. Hydrogen. Dann würde ich gerne hier das Hydrogen drinken auf und dann geht das. Also nimmt kein Hydrogen an, wie scheint es so. Oder muss ich es dafür erst Importer? So. Jetzt nochmal checken, das ist alles Output. Das könnte auch ein Input sein. Warum nimmt der jetzt hier nix mehr zum Beispiel an? Eject on. Eject off. Konnte ich das ja nicht direkt auffüllen? Ich sag zu Pythrogen. Oder will der einfach aktuell nicht mehr, wo es jetzt sind? Hm. Okay. Komisch. Dann machen wir das Armored Pack. Dann haben wir das mit Schutz noch dabei. Wenn wir das jetzt hier öffnen, haben wir eine ordentliche Ladung. Schutz auch drin. Wir sind jetzt halt nicht so flott, wie ich es mir teilweise gerne wünschen würde. Also, wir können das Shift höher, tiefer einstellen. Das war's. Das ist aber auch leider schon irgendwie alles, was ich mit dem machen kann. Gut. Es gibt hier noch die anderen. Schauen wir uns das mal an. Leather Strip. Sollten wir machen können, oder? Ja. Dann Stone sollten wir haben. Stone Capacitor mit Stone... Äh. Alter. What the f... Wo kommen wir denn jetzt hin? Redstone und Basic Coil. Compressed Redstone. Enrichment Chamber. What? In-Var. Habe ich In-Var? Ich weiß es nicht mal. In... In-Var. Ich habe zwei In-Var. Sollen wir nochmal noch gleich mal zu Platten. Ich glaube, oben hat hier noch dieses komische Geld von den Plätzen mal stehen. Ja. So, der kann die jetzt hier verarbeiten. Das dauert jetzt seine Zeit, aber ich gebe dem jetzt. Und... Redstone soll ich auch verarbeiten? Redstone. Redstone, Redstone, Redstone. Redstone, Redstone, Redstone. Hätte ich noch eine Enrichment Chamber StriperRIPES. Wo ist diese... Habe ich noch eine Enrichment Chamber? Bestimmt irgendwo brav okay so rumstehen. Metallic Infusion... Energized, Vermelter... Enrichment Chamber ... Da der frisst sie gleich schon an. Compressed Redstone Check. Ich bin gespannt ob das besser ist am Ende. Ob die im Grunde besser sind. So ein Platinum wäre natürlich mega geil. Ich bin schon froh bei Iron Electro oder Steel am Ende wäre super. Bei der 32 Millionen FE als Speicher. Damit kommen wir hoffentlich auch ein bisschen weit. Weil am Ende bräuchten wir unbedingt was. Ähm. Wir haben Kuchen gefunden. Das ist aber teuer. Dafür muss ich mir von dem Zeug auf jeden Fall machen. Eindeutig. Er kriegt noch ein bisschen was ab. Kriegen wir hier oben rum. Holen noch die 1 oder 2 ab. Die er gemacht hat. Und dann müssen wir innen schauen. Ob Invar da irgendwie noch was hat sonst. Ne das war schon. Huch. Ähm. Da bin ich beinahe vorbeigeflogen. So. Damit da rein mit dem Invar. Die Capacitas muss ich damit machen. Nur ein Stück. Das ist jetzt nicht die Welt. Aber es reicht gleich für drei verschiedene Gerätschaften. BIO done müssen wir machen. Oh Gott. Und dann noch dieoneden drin. Ne. Könnte ich nun auch in der Richmond Scheme reintritt mit Inva-Block machen, so wie mache ich Inva jetzt? Woher kommt Inva? Inva Blend. Pulverized Iron und Pulverized Nickel. Nickel und Iron. Nehmen wir die 65 Blöcke hier und dann Iron, da haben wir noch 2 Stacky Stacks für. So. Ich muss das alles klein machen. Manufaktur. Perfekt. Ich habe das alles mal bei euch rein. Okay, dann machen wir jetzt wieder normal. Inva. Ich brauche jetzt mal schnell ein bisschen Inva bitte. Aber das kann ich auch in bestimmten Eferationen so. Zack, zack. Zack. Inva, Inva. Mach ich wie aus Inva Blend und das mache ich so. Dann haue ich das schnell in den Smelt da rein. Hat der Upgrade schon drin? 8,8 und 8,8. Okay. Holt ihr die schon raus? Scheint so. So. Hören wir gleich hier ein paar raus. Dann kann er die in die Enrichment Chamber schon hauen. So. Gehen die nächsten hier rein schon mal. Da kriege ich wenigstens eins für eins. Wenn ich jetzt hier schaue, habe ich schon 44 hier. Zack. Dann sollte das ja für das erste passen, oder? Und können wir hier gleich weitermachen. Gut. Zurück zum Pflaster. Dann machen wir halt nochmal zwei Batterien schnell. Gut. Ich hätte gern ein paar Öfen. Wenn man die als Pflaster unbedingt braucht. Dann machen wir gleich nochmal hier einen Hekton von den Dingen hier. Jetzt habe ich dafür keine Iron Plates mehr gehabt. Gut. Und dann brauche ich zwei von den Dingen hier. Gut. Also jetzt sind dann wieder hier gefehlt. Aber die Kapazität ist okay. Dann sollte ich die hier bauen können. Gut. Als nächstes brauche ich Iron, Iron Capacitors und den ganzen Schmalen hier. Ich brauche eh gleich 5. Ich brauche für jede Batterie gleich auch. Ah ne, Batterien habe ich ja schon gerade gemacht. Warte mal. Batterien habe ich ja schon. Ich muss jetzt nur dich hier machen. Dann zwei von den Dingern. Dann sollte ich schon upgraden können. Cool. Habe ich Elektrum? Zwei Elektrum. Ich brauche ein bisschen mehr Elektrum. Elektrompulver wird aus Silber und Gold gemacht. Okay. Gold. Wie viel Silber habe ich? So gut wie nix, weil ich Silber nie verarbeitet habe. Was ist wenn ich dich hier rein haue? So. Dann macht ihr mir ordentlich Silberpulver draus. Schau. Und das ist doch schon mal super. Und noch ein bisschen Silber. Dann verarbeiten die anderen beiden gleich das Gold in Pulver. Den Rest hier drin. Und dann kann ich ganz simpel schauen. Smelting. Das hier. Haben wir schon wieder was? Dann kann das schon wieder smelten. So. Jetzt haben wir schon Elektrum. Perfekt. Ich will es so hoch schaffen wie es geht. Ich brauche einen Glowstonic. Jetzt brauche ich Osmium. Was? Was anderes? Das andere. Liquid Osmium. Okay. Osmium brauche ich jetzt. Osmium. Da habe ich noch ein bisschen was. Okay. Aber wie war das jetzt mit? Jetzt habe ich so viel Coils extra davon gemacht. Und Glowstone. Dust. Okay. Glowstone Dust. Dann craften wir halt schnell einen noch. Starten. Ich bräuchte zwei Stackies davon bitte. Dankeschön. Da ist ein bisschen Refined Obsidian drin. Der hat keine Speed oder Things Upgrades. Oh. Ist das eklig. Speed. Schau mal. Kann ich die nicht schon mittlerweile machen? Speed. Upgrades. Ne. Es war nicht die Poadi hier glaube ich. Oh. Oh. Aber jetzt müsste ja das rein theoretisch sein, oder? So. Beim Osmium Kompressor würde das ja zusammen passen, ne? So Bei den ganzen Inget-Scheiß hier Ist ja schon mal schneller Dann eine 5 von 8 Aber immer ein Etwas Damit kriege ich schon mal Eines der Batterien hin So Das machen wir jetzt noch fertig hier Dann gehen wir wieder zum Jetpack Da bin ich gerade hier bei dem hier Jetzt wollen wir wieder Redstone Oh ich hasse es Enrichment Chamber Na komm Tu was So okay Nochmal Ich brauche 5 Von den Oder mehr von den Dingern So viel wie es geht von denen Perfekt Gut Dann brauche ich 5 Batterien Das weiß ich mittlerweile Pro Ding brauche ich 5 von diesen Dingern Genau Gut Dann kann ich dich hier machen Dann Muss ich so einen Ofen machen Und das nicht nur einmal Sondern zweimal Warum? Okay Wenigstens verändert sich Das muss man ja denn dazu Beide bitte Dankeschön Gut Dann Kann ich jetzt das hier machen Yes Wie ist das schon gefüllt? Wie habe ich das denn jetzt geladen? Oh Cool Aber Leute Ich würde sagen Das war es für diese Folge In der nächsten Folge Tun wir das noch zu Steel Upgraden Und dann werden wir es mal Auf den Test bringen Ob das jetzt gegen unser anderes Von Mechanism besser ist oder nicht Also ich würde sagen Das war es für diese Folge Ich hoffe es hat es gefallen Wenn ja Lasst uns einen Daumen nach oben da Abonniert wenn ihr euch habt Und wir sehen uns In der nächsten Folge wieder Also Bis dann Ciao Oh nothing Alles Chines as Outro